Apple hat bei einem Event an seinem Firmensitz in Cupertino das iPad Air 2 und das iPad Mini 3 vorgestellt. Das iPad Air 2 ist nur 6,1 Millimeter hoch und damit 1,4 Millimeter dünner als der ohnehin schon flache Vorgänger. Es soll damit das dünnste Tablet weltweit sein. Das Gewicht hat Apple von 469 Gramm auf 437 Gramm reduziert. Nicht geändert haben sich die Displaygröße von 9,7 Zoll und die Auflösung von 2048 x 1536 Pixeln. Der Bildschirm soll jetzt aber einen höheren Kontrast und lebendigere Farben bieten. Außerdem ist er laminiert und soll damit besser gegen Spiegelungen geschützt sein. Als Prozessor kommt die 64-Bit-CPU A8X zum Einsatz, eine erweiterte Variante des A8, der im iPhone 6 steckt. Der A8X soll in puncto CPU-Leistung 40% und in puncto Grafikperformance sogar 150% schneller sein als der A7, der im ersten iPad Air verbaut ist. Davon profitieren sollen vor allem grafikintensive Apps, zum Beispiel Spiele. Die rückwärtige Kamera löst jetzt mit 8 statt nur mit 5 Megapixeln auf. Sie bietet eine Serienbildfunktion mit 10 Fotos pro Sekunde und kann, wie das iPhone 6, Zeitlupenvideos mit 120 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Das iPad Air 2 unterstützt außerdem den schnellen WLAN-AC-Standard und bietet den vom iPhone bekannten Fingerabdrucksensor Touch ID. Neben Silber und Grau gibt es jetzt auch eine goldene Farbvariante. Die Preise beginnen bei 489 Euro für die 16GB-Variante mit WLAN und enden bei 809 Euro für die 128GB-Variante mit WLAN und Mobilfunkmodul. Zum neuen iPad Mini 3 gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, denn Apple hat es gegenüber dem Vorgängermodell kaum verbessert. Erwähnenswert sind im Grunde nur der Fingerabdrucksensor und die neue Farbvariante Gold. Das iPad Air 2 konnten wir im Anschluss an das Apple-Event kurz ausprobieren. Unser erster Eindruck? Die dünnere Bauweise und das geringere Gewicht machen sich auf jeden Fall positiv bemerkbar. Einen deutlichen Unterschied bemerkt man auch beim Display. Die Darstellung ist tatsächlich noch besser als beim ersten iPad Air. Auch aus einem Spitzenbetrachtungswinkel ändert sich der Farbeindruck kaum. Von der neuen Displaybeschichtung darf man allerdings keine Wunder erwarten. Sie verringert die Reflektion zwar, aber nicht so stark, wie man es sich wünschen würde.